Sie machen sich strafbar. Entfernen Sie sich vom Pa... ... ... ... ... Ist das eine Ich-denk-nach-Stille oder ich hab nichts im Hirnstille? Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Willst du einen signierten Raisinskull-Kalender? Wir haben noch eine Rechnung offen. Essen ist serviert. Ihr seid das Essen. Bestellt, ihr Süßen. Kann mal jemand kurz meine Schicht übernehmen? Ihr braucht schon Physik. Du willst eine Heilung? Hier! Das sollte helfen. Ich nehm meine Blutprobe. Alter, du warst halb so brutal. Sieka-Infekt! Oh toll, noch ein 0 negativ. Oh, rein neuer! Das hab ich kaum gesehen. Alles in Ordnung? Super! Omega-Crash-Extra! Der Treffer reicht für ein Homerun! Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht gerne vor. Hey ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ich sag mal, auch für dich, Alter. Prügeln wir Moskito wieder Verstand ein. Kuhnen, Fred, für immer! Ich hab mir ein bisschen Blut! Oh! Alles so viel, Supercrack? Klar, mir geht super! Ich zeig euch mal, wie das Double Whimmy in unsere Double Whimmy links kommt. Das hat mir meine Mom beigebracht. Moskite zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Ich hab genug vor dem Kack. Beeindruckend für ein Physik-Normalo. Was darf denn sein? Ansteckung signed! Frissen und weg! Blutgruppe B, du bist sicher ein echter Partyhengst. Ich vermöbel dich wie meine Mama und meine Daddy, Schnucki. Ja! Jetzt wird's ernst. Es ist Crack-Zeit, ich meine Supercrack-Zeit. Megafaust, Pachiru. Ein Feind viel. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Sorry, ich mag keine Kinder. Willst du das Baby treten fühlen? Solange es noch geht? Sieh dir an, was wir haben, bevor sie uns die Bude dicht machen. So, leichter als ne Waffe zu kaufen. Du kommst bestimmt wieder. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Dacht' ich mir doch. Oh! Hier, Pussy Pussy! Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Mein Saubgrüssel steht offen vor Staunen. Alter, du übertreibst brutal. Das Publikum wird toben. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund passieren. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Ohne zu zucken. Respekt! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Entschuldigung, ich muss in den Ballon fissen. Okay, los geht's! Könnte mir nicht egaler sein. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Richtig, Mann. Vereilen wir uns. Heilung in 0,3 Sekunden unter Geld zurück. Schwere zur Action! Kranke Scheiße, Alter! Ich bin jetzt dran! Wett'n, das ist du nicht? Viertklässler versohlen! Geile Sache! Glückwunsch, Superfreunde! Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Also los! Mega-Fausten-Schlag! Kein am Boden! Jetzt aber schnell! Wie ein Netz! Alter, chill! Moskita, Blutjagd! Fantastisch! Bravo, gute Arbeit! Et cetera, et cetera! Die Luft in dieser Stadt besteht zu 50% aus Darmwinden. Hast du die Kätzchen auf dem Schirm? Heute sind es die Katzen, morgen könntest du es sein, Jungspund. Neuer Tag, neue Karte! Untertitel, Stört uns nicht! Wir sehen Chaos! Jetzt hast du einen Kampf mit dem Chaos! Ihr seid nichts gegen meine Armee! Na dann, Hals- und Beinbruch! Ah! Halt auf! Ausgab dich nicht! Zu mir! Überrennen wir sie! Wir sind wie die Heuschrecken! Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze! Ich bin hier drüben verdaut! Darauf trinke ich! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Hast du das gesehen, Meister? Gute Neuigkeiten! Ich bin dran! Stetes Klopfen höhlt den Schädel! Pandemonium! Blitzfreak zischt los! Blitzfreak zischt los! Au! Du bist jetzt Chaos, Bitch! Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken! Oh, das lag falsch! Aufhören! Mir wird schlecht! Aufhören! Mir wird schlecht! Ziegreich! Ich bin dran! Das war episch! Ihr habt verloren! Ihr habt verloren! Das war's für heute. Oh Gott, ich hab so viel Hausarbeiten. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Okay, aber diesmal kein Scheiß. Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Ich warte auf den Mathematik-Wettbewerb. Klar, machen wir ein Selfie. Ja, danke. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Klar, ich mach eh zehn Selfies täglich. Die Schule ist aus. Was machst du noch hier? Ja. 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 Oh, hi. Du bist der Neue, richtig? Oh, gut. Danke fürs Kommen. Nimm Platz. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann du fängst an, indem du sagst, naja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay, ich wäre soweit. Junge, gut, genau, geht klar. Also, Neuer, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cis-Gender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren wirst, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cis-Gender oder Transgender. Im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackie, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also, er hat mir gerade erzählt, dass er Cis-Gender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie? Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen, okay? Ja, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Vielleicht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cis-Genderman weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe, selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt, okay? Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist und mit denen musst du fertig werden, okay? Also, komm jederzeit wieder. Ich mach gern Überstunden für Problemkinder wie dich, okay? ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Dieses Superheldenspiel ist lahm Schau, schau, schau Das ist doch ein Cisgender, Junge Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen Dich prügele ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94 Ihr braucht schon Physik Ich spüre regelrecht das Herzblut Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, die fertig ist Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung Was ist los? Du hast einen ziemlichen Zug am Leib Coolen Friends für immer So geht's manchmal selbst den schnellsten Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten Jetzt wird's ernst Supercred zur Rettung Ich komm mir vor, als hätt ich einen Bleiarsch Und ab die Post Du hast Fliegen zwischen den Zähnen Lass nächstes Mal lieber den Mund zu Ich will die nicht stechen Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Keine Angst Es ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft Zieh kein Fett Das hab ich kommen sehen Braucht jemand ne Forst in die Fresse? Mega Forstschlag! Hurra, Zitronenriegel für alle! Hey Wunderarsch, das machst du super Sehr gute Charakterbogenarbeit Ich hab ne super geheime Mission für dich Geh zum neuen Tacoladen in der Hauptstraße Und kauf mir ein Taco Coolen Ende Kann ich von Nutz, von Nutz, von Nutz behilflich sein? Coolen Ende Wohin des Weges? Rechts schaffen! Wir sehen uns! Ruf mich, wenn du schnell von A nach B-B-B musst! Ruf mich, wenn du schnell von A nach B-B-B... Ruf mich, wenn du schnell von A nach B-B-B musst! Wer stört den Fluss des Chaos? Arschloch! Es ist ein großer Fehler, sich mit K-Kunen-Friends anzulegen! Hau rein, neuer! Sorry, Superheld! Die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen! Frisch, Scheiße! Zeit für Verwüstung! Scheiße gelaufen, neuer! Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu m-m-machen! Ein Feind viel! Ich gönne mir ein bisschen Blut! Friss nun weg! Alles schön und lustig, bis wir aus den Augen und Ärschen bluten! Chaos ist unausweichlich! Immer kriegen's die Neuen ab! Auto! Auto! Los! Hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute! Puh! Geschafft! Hauen wir rein! Also los! Beilen wir uns! Feind am Boden Ich nehm meine Blutprobe Alter, du übertreibst brutal Unsere Chancen steigen stetig Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen Oh Mist, das wollte ich überhaupt nicht so sagen Untertitelung des ZDF, 2020